Im Buch Hiob gibt es eine Aussage, von der ich glaube, dass sie zu den am meisten Missverstandenen in der ganzen Bibel gehört. Es ist eine Aussage, die immer wieder gern zitiert wird, aber die eigentlich so nicht richtig ist. Ich meine folgenden Vers. Was? Hiob sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Du kennst diesen Vers. Das sagt Hiob. Und wenn du dich mal wirklich ernsthaft mit dem Buch Hiob beschäftigst, wirst du feststellen, dass Hiob ziemlich schräg drauf war. Hiob war, der war eigentlich in dieser Notsituation nicht klar bei Sinnen. Das, was er sagt, ist sowas von selbstüberheblich, so selbstgerecht, so selbstsicher. Und erst ganz, ganz zum Schluss in den letzten Kapiteln, wo Gott mit ihm spricht und sich ihm offenbart, da kriegt er wieder die Kurve. Die Aussage, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, die ist eigentlich gar nicht richtig. Denn wenn du Hiob liest, in den ersten Versen, dann liest du, der Herr hat großen Segen gegeben. Und dann ist der Satan gekommen und hat den Segen weggenommen und hat Hiob in vielfältiger Weise geschädigt. Die Aussage, die Hiob gebraucht, stimmt so nicht. Eigentlich ist es richtig zu sagen, der Herr hat's gegeben, der Feind hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich möchte dich einladen, mal darüber nachzudenken, wo der Feind in deinem Leben Dinge genommen hat, die Gott dir als Segen gegeben hat, die er dir geschenkt hat. Und wo der Feind einfach gekommen ist, gewütet hat, warum auch immer, durch welche Tore auch immer, durch welche Schlupflöcher auch immer und einfach Schaden in deinem Leben angerichtet hat. Ich glaube, dass der Feind in deinem Leben Segnungen Gottes geraubt hat. Und dass es an der Zeit ist, zu sagen, der Herr wird es zurückerstatten. Der Name des Herrn soll gelobt sein. Er wird das, was der Feind geraubt hat, wie bei Hiob zum Schluss, mir wiedererstatten, wird es mir sogar mehrfach wiedererstatten. Ich lade dich einmal die ersten Kapitel und die letzten Kapitel des Buches Hiob zu lesen. Und du wirst feststellen, dass da ein unglaublich interessanter Bogen ist. Hiob war gesegnet, dann kam der Feind, beraubte ihn, quälte ihn, drangsalierte ihn und ganz zum Schluss wird Hiob von Gott einfach wieder eingesetzt, gesegnet und erhoben. Nicht der Herr hat es genommen, der Feind hat es genommen. Und es ist Zeit, dass du dem Feind in deinem Leben den Kampf ansagst, was auch immer der Feind sein mag bei dir, wie auch immer er in deinem Leben sich auswirken mag. Du kannst dem Feind in deinem Leben den Kampf ansagen und sagen, mit des Herrn Hilfe werde ich die Segnungen, die Gott mir zugedacht hat, in Empfang nehmen. Und ich werde das, was der Feind geraubt hat, mir wiederholen. Ich glaube, es ist Zeit für dich, in diese Form von Kampf zu ziehen. Einen guten Kampf, der dir verordnet ist. Ich glaube, Gott hat mehr für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017